Es ist doch eigentlich alles scheißegal. Es ist wirklich alles egal. Wenn dir jetzt gerade nach irgendwas ist, was du gerne tun möchtest, es gibt nichts und niemanden, der einen dabei aufhalten sollte, weil du führst dein Leben und irgendwann kippst du tot um. Es passieren so viele Sachen. Es ist eine Pandemie, dann ist da ein Krieg. Du weißt überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Vielleicht wirst du morgen vom Bus überrollt. Und heute machst du dir Gedanken, was du übermorgen vielleicht blöd finden könntest, was du heute für eine Entscheidung triffst, wo du morgen sein wirst. Soll ich hierfür Geld ausgeben? Soll ich vielleicht sparen? Muss ich mir meine Rente einzahlen? Es ist doch alles scheißegal.